Da ist sie endlich, die neue Woche und die Hoffnung, dass der Markt dann doch nochmal wieder Stärke findet. Ob das wirklich sich beim DAX durchsetzen wird, das bleibt noch fraglich. Aktuell sind wir ja auf dem Weg nach oben, das ist schon mal die gute Nachricht hier jetzt auf den DAX Future geblickt, aber wir sehen schon, Leidenschaft für die Kaufseite sieht eigentlich anders aus. Das, was wir hier jetzt haben, also so dieses Verhalten, das wirkt ganz schön korrektiv. Und nochmal so in Erinnerung zu bringen, diese Kiste ist ja ebenfalls jetzt nicht so super Burner-mäßig für die Longseite. Noch dazu hier die Zwischentiefs gerissen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn wir beim DAX nochmal ein bisschen tiefer gehen. Ihr erinnert euch, ich habe hier beim DAX diese Szene ja nochmal aufgezeichnet, dass sie da nochmal reingehen. Ich halte es für sehr realistisch. Natürlich können wir es andere nicht ausschließen, aber immer dann, wenn der Markt jetzt hier die Unterseite triggert, diese Zwischentiefs triggert, sollten wir uns ernsthaft die Frage stellen, was wird denn das Ganze noch? Ist das wirklich so bullisch, wie wir uns das vorstellen? Vielleicht als kleiner Fingerzeig nochmal, welche Levels sind da interessant? Also nehmen wir mal an, der Kurs kommt jetzt hier, wo ist das Tief? Zack, da ist das Tief. Er kommt nochmal so in diese Zone, an diesen Bereich ran. Ihr wisst, ich zeichne immer gerne das. Es reicht aber ja, wenn er die Unterseite so halbwegs erreicht und wenn das möglichst korrektiv aussieht und dann triggert er irgendwie was nach unten, irgendein Zwischentief, das oder vielleicht dann das. Weiß ich nicht, das ist jetzt noch Fantasie, aber irgendwie sowas in der Richtung. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir diese Zone da auf jeden Fall nochmal hier erreichen. Und hier die Entscheidung gefällt wird, ob es denn wirklich blöd kommen wird oder ob der Markt nicht einen Abpraller hat. Diese Entscheidung fällt aus meiner Sicht eigentlich hier in diesem unteren Bereich. Das wäre die Erlösung, wenn der Kurs da die Drehung eben schafft, dass wir dann Richtung 20 dann tatsächlich nochmal hochkommen. Naja, im Moment alles andere als echte Stärke. Bei den Amerikanern ist es so ein bisschen Zerrissenheit, das Bild insofern, dass wir so gerade eben dran vorbei geschwappt sind, hätte ich fast gesagt, oder geschrappt sind hier, dass wir hier eine Kursüberschneidung haben. Wer messerscharf hinguckt, der sieht irgendwie dann ja doch so halbwegs, aber das geht noch so einigermaßen. Wo es nicht mehr geht, das ist der Nasdaq, also die Nasdaq-Börse, der Nasdaq-Index hier. Also da sehen wir, das sieht nicht so doll aus. Nasdaq 100 hier im Future-Kontrakt auf jeden Fall sehr, sehr unambitioniert, was die Aufwärtsseite angeht. Das ist übrigens etwas, was uns auch kurzfristig, also für all diejenigen für Intraday heute noch ein bisschen begleiten wird. Guckt euch mal diesen Anstieg an. Ja, also von hier aus, von diesem Punkt hier unten, das ist das, was wir hier haben. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann habt ihr immer so erster Test Richtung Aufwärts. Okay, also vom tiefsten Punkt dort bis dahin scheint Aufwärts zu sein. Zweiter Test, zu schauen, wie sehen die Gegenbewegungen aus. Machen wir so mal dingfest, das sind so die Gegenbewegungen hier. Klar, der ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß für die hier, aber die beiden ähnlich großen überschneiden. Die beiden ähnlich großen überschneiden sich. Wollt ihr nicht? Könnt ihr nicht? Dürft ihr nicht? Naja, also irgendwie, das ist nicht überzeugend. Im Gegenteil, ich habe fast eher den Eindruck, dass das die starke Richtung hier noch ist und dass der Kurs jetzt hier in irgendeiner Form noch in der Korrektur ist. Und auch hier gilt, die Kiste, die dürft ihr mal selber einzeichnen, von da oben bis da unten, Fibonacci, wenn der Kurs hier ist. Und dann triggert er irgendwelche Südseiten hier. Das ist dann nochmal dramatisch. Na, was heißt dramatisch? Wollen wir es nicht überdramatisieren? Aber eben nochmal deutlich nach unten kommt und damit gegebenenfalls sogar, vielleicht jetzt nicht direkt, also ich muss sagen, jetzt so ganz direkt, das fände ich jetzt auch ein bisschen arg kurz. Ich würde ihm eigentlich mehr wünschen, dass er ein bisschen mehr Zeit noch braucht, aber dass wir dann früher oder später da unten nochmal hinkommen. Oh je, ich wollte es doch in groß machen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Also ich mache das nochmal hier so halbwegs. Tut mir leid, aber Anfang der Woche denke, bis morgen habe ich das wieder so halbwegs drin, dass ich die Bilder für euch ja auch immer nochmal groß mache. Dann könnt ihr auch die Zahlen und das Ganze ein bisschen besser lesen auf den kleinen Geräten. Also sorry dafür. So, also die Voraussetzungen für den Bullenmarkt aktuell nicht wirklich gut. Ich gehe nochmal einmal durch hier. Das ist jetzt hier der DAX gewesen. Ebenfalls nicht so wirklich der Burner auf der Aufwärtsseite. Im Gegenteil, das ist eigentlich so ein Klassiker für nicht in der Lieblingsrichtung unterwegs. Ich würde mich nicht wundern, wenn er jetzt nochmal ein bisschen nach oben geht. Lass ihn doch nochmal so diese steigende Trendkanalsituation hier ausleben. Ja gut, meine Güte. Aber wir sollten damit rechnen, dass das, was wir hier im Moment in der Aufwärtsseite sehen, das ist nicht wirklich optimal. Ganz viele Dreiweller übrigens, da weiß ich es nicht so genau. Lassen wir es mal so im Raum stehen. Können auch ein Fünfweller sein oder werden. Habe ich vielleicht nicht so gut gezeichnet hier. Aber insgesamt würde ich mal behaupten, hübsch sieht anders aus. Also ich finde, dass es nicht, also nichts gegen diese Bewegung, aber sie sieht halt sehr korrektiv aus. Und korrektiv ist nicht die beste Voraussetzung für Durchstarten jetzt hier. Unmöglich ist es natürlich nicht. Deshalb nicht jetzt einfach hier blindlinks zu shorten. Wenn dann hier, Beispiel, unser Goldbeispiel, unser Euro gegen US-Dollar, zahlreiche Beispiele, wo das hier ganz gut eigentlich gepasst hat, der Kurs gedreht hat. Beim DAX ja hier übergeordnet ebenfalls. Also hier diese Marke, das war ja hier die Oberseite des Trendkanals. Also das geht schon, aber dann sichert euch mit einem einigermaßen engen Stop ab und behauptet, dass ihr den Kurs irgendwo hier unten sehen wollt. Dann habt ihr ein ordentliches Chance-Risiko-Verhältnis. Ihr seht, das ist das, worauf es ankommt. Also wer jetzt hier in so einer Zone hier oder in so einem Bereich sagt, ich gehe da mal pauschal short, bitte dann auch den Stop einigermaßen eng setzen. Denn wenn es falsch läuft, dann kann es sehr weit weiterlaufen unter Umständen. Also bitte dann nicht sagen, nee, das darf nicht sein. Ich finde das so plausibel, was er hier gesagt hat. Das ist korrektiv. Der muss fallen. Müssen tut der Kurs immer erstmal gar nichts. Wir als Händler gucken halt, was ist typisch? Was hat die wohl etwas höhere Wahrscheinlichkeit? Und wenn wir die Bedingungen haben und das knüpfen an eine Trading-Idee, die durchaus passend ist, auch vom Chance-Risiko-Verhältnis, dann wird daraus ein Trade. Also Chance für die Abwärtsseite durchaus gegeben. Wer ein bisschen genauer noch hingucken mag, der schaut sich hier oben in dieser Zone da, ein bisschen größer, ich sage mal so ganz grob in dieser Box, schaut er sich an. Das ist beim DAX Future ungefähr ab jetzt, sagen wir ganz grob, 15.200, sagen wir 20 bis 15.280. Wenn es ein bisschen mehr ist, ist auch noch okay. Geht ihr aber in dieser Zone an, ob der Kurs hier mit der Lupe, das rechts jetzt hier mit der Lupe, ob er irgendwie sowas macht. Dann haben wir wieder unser klassisches Drehbeispiel. Und das könnte dann zum Beispiel im 15-Minuten-Chart, im 5-Minuten-Chart, im Notfalls im 1-Minuten-Chart, für die, die aktiver sind unter euch, ob ihr da so eine Bewegung entsprechend dann seht. Dieses Verfahren gilt natürlich auch für alle anderen Kollegen hier, also auch beim S&P 500 oder wie hier jetzt gezeigt beim DAX. Im Zweifelsfall könnt ihr immer noch mal auf den kleineren Zeitebenen schauen, ob ihr dort irgendwo eine Schubbewegung habt, was möglichst wackelig ist. Dann habt ihr eine gar nicht so schlechte Voraussetzung, dass wenn es dann nach unten durchstößt, dass sich das dann zumindest erst noch mal fortsetzt. Dann habt ihr so eine Initiation für einen Trade. Einfach, dass man mal sagt, ich komme immer nicht rein, so käme man zumindest mal rein, hätte so eine Position und kann sich dann immer noch überlegen, ob man dann sagt, ich nehme da Gewinne mit. Ich wollte dieses Teilstück oder ich lasse es laufen, ziehe aber den Stop konsequent auf ungefähr den Einstieg hinterher, damit ich dann im Zweifelsfall da nicht drunter leiden muss. Soweit die Ideen für heute Nachmittag. Das mal als kleines Update, um wieder reinzukommen in den Markt. Jetzt habe ich schon wieder nicht groß gemacht. Seht es mir nach, nervt mich immer wieder damit, damit ich es nicht mehr vergesse, immer wieder das Chartbild auch groß zu machen und damit ihr es dann noch ein bisschen besser sehen könnt. Gerade für diejenigen, die auf mobilen Geräten jetzt das Ganze sich anschauen. Euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag. Ciao, ciao.